Moin und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier aus der wunschgetreue Testsparte. Mein Name ist Chris und das ist der Bogasing S8 Pro. Diesen Bluetooth-Lautsprecher haben wir für dich getestet und was wir dabei so rausgefunden haben, das siehst du jetzt in diesem Video. Also bleib einfach dran, los geht's! So, nun sitze ich hier an meinem Tisch und habe den Bogasing-Lautsprecher einmal vor mir liegen und starten möchte ich wie immer mit einem kurzen Überblick zum Produkt und zwar in unserem Punkt Ausstattung und Technik. Machen wir zunächst ein paar technische Daten. Vom Gewicht her liegt dieser Lautsprecher bei 990 Gramm und ist damit verhältnismäßig schwer und wenn man sich dazu auch nochmal die Abmessung anschaut, dann sieht man, dass er auch relativ groß ist. Was Bluetooth angeht, haben wir hier die Version 5.0 und in Sachen Frequenzbereich liegen wir bei 48 Hertz bis 20 Kilohertz, was ein sehr interessanter Wert ist, den schauen wir uns gleich im Praxistest noch ein bisschen genauer an. Ebenfalls interessant ist der Wert für die maximale Distanz. Der wird hier angegeben mit 18 Metern. Fand ich ein bisschen auffällig, habe ich deswegen einmal für euch ausprobiert und bei mir war das so, dass nach 12 Metern ungefähr die Verbindung anfing auszusetzen. Hätte mich ehrlich gesagt auch gewundert, üblich für solche Geräte sind meines Wissens ungefähr 10 Meter. Kommen wir jetzt zum Aufbau des Lautsprechers und hier ist es so, wir haben ein 60 Watt Zwei-Wege-System, das heißt wir haben einen Hochtöner hier, einen weiteren hier und jeweils daneben einen Mitteltieftöner. Wenn wir das Ganze einmal umdrehen, dann sehen wir zwar nicht viel, aber wir hören viel, denn hinten drin, also hier in diesem Bereich, haben wir einen Passivradiator und der macht einen ziemlich ordentlichen Bass. Dann gibt es noch insgesamt drei Klangmodi, beziehungsweise Equalizer-Voreinstellungen, die man wählen kann und das erkennt man an dieser linken LED hier. Ich bin aktuell in der blauen Einstellung, die heißt 3D. Dann gibt es noch Voice und Super Bass. So, wenn wir das Ganze einmal umdrehen, dann haben wir hier auf der Rückseite hinter dieser Klappe hier noch drei Anschlüsse versteckt. Das ist einmal 3,5 mm Klinke, dann haben wir noch einen TF- beziehungsweise SD-Karten-Slot und ganz rechts ist dann der USB-C Ladeanschluss. Als nächstes habe ich noch was zum Thema Akku. Dieser Lautsprecher hat eine Akkulaufzeit von circa 15 Stunden und eine Ladezeit von drei bis vier Stunden. Und eben das bringt uns jetzt wieder zurück zu unseren LEDs, denn wenn man 15 Stunden Akkulaufzeit hat, will man das natürlich auch irgendwie überwachen können und das tut man über diese letzten vier Balken, die so bärensteinfarben sind. Was Features angeht, habe ich nur zwei Punkte. Erster Punkt, der Lautsprecher ist geschützt nach dem Standard IPX5. Achtung, meines Wissens ist das nur der Schutz vor Strahlwasser, also nicht vor Untertauchen. Ergo ist dieses Gerät, zumindest aus meiner Sicht, nicht für Poolpartys geeignet, wie so manche Geräte, zum Beispiel von der Marke JBL. Dieser Lautsprecher mag es dagegen wohl eher gemütlich, also sprich im Gartenhaus oder irgendwo auf der Vitrine. Ich persönlich sehe das jetzt eher nicht, dass man den großartig nach draußen trägt. Zweiter Punkt, der für viele sicher wichtig ist, ist die Frage, ob man diesen Lautsprecher mit einem weiteren dieser Art koppeln kann. Und zumindest laut Bedienungsanleitung soll das gehen. Das heißt, man soll einen S8 Pro mit einem weiteren S8 Pro koppeln können und dann beide im Stereo-Betrieb laufen lassen können. Wichtiger Hinweis allerdings an dieser Stelle, wir konnten das nicht testen, weil wir nur ein Gerät da haben. Das sei an dieser Stelle also fairerweise dazu gesagt. Okay, und zum Abschluss von Ausstattung und Technik möchte ich noch einmal auf den Lieferumfang eingehen. Mit dabei ist natürlich die Bluetooth-Box selbst. Dann haben wir noch ein 3,5 mm Klinkekabel, ein USB-C Ladekabel und natürlich, wie immer, ein bisschen Papierkram. Übrigens, wenn euch das Produkt interessiert, dann schaut mal unter dem Video in die Beschreibung. Dort haben wir es für euch verlinkt. Und wenn euch das Video weitergeholfen hat, dann lasst uns gerne ein Like da und abonniert unseren Kanal. Kommen wir nun zum Wesentlichen, und zwar zu unserem Praxistest. Und der erste Punkt, den ich mir hierfür notiert habe, ist der Frequenzgang. Hier ist es normalerweise so, dass der hörbare Bereich des Menschen zwischen 20 Hertz und 20 Kilohertz liegt. Und wie man sieht, ist das bei diesem Lautsprecher ein bisschen anders. Nämlich haben wir hier einen erweiterten Frequenzgang, und zwar in Richtung der Tiefen. Hier sind es nicht 20 Hertz, sondern 48 Hertz. Aber Bass ist natürlich nicht alles. So eine Box muss natürlich noch ein bisschen mehr können. Und das bringt mich zu meinem nächsten Punkt, den ich mir notiert habe. Und der lautet Klangerlebnis. Ja, und was den Klang angeht, muss ich erst mal einen kleinen Hinweis loswerden. Und zwar bitte ich euch um Verständnis, dass wir hier in diesem Video keine Musik zeigen. Das haben wir in der Vergangenheit schon gemacht. Das Problem ist allerdings, dass man bei YouTube ganz schnell mal abgestraft wird, wegen der Urheberrechte von Musik. Deswegen sind wir da etwas vorsichtig geworden. Von daher versuche ich euch das einfach zu beschreiben. Zumindest so gut ich kann. Und der erste Punkt, den ich mir hier aufgeschrieben habe, ist, dass man hier wie bei allen Boxen in diesem Bereich das Problem hat mit der Lautstärke. Zu laut darf man nicht werden, dann wird es matschig. Dann kann man nicht mehr die Instrumente differenziert raushören. So bei 50 Prozent ist Schluss. Das heißt natürlich nicht, dass man nicht lauter machen darf. Aber man muss halt ab dann, so ab 50, 60 Prozent Lautstärke mit Abstrichen in der Qualität rechnen. Was die Klangqualität ansonsten angeht, hängt das Ganze natürlich sehr stark davon ab, in welchem Klangmodus man hört. Insgesamt, wie gesagt, gibt es hier drei zur Auswahl. Und meiner Meinung nach sind nur zwei davon zu gebrauchen. Der erste, also die 3D-Einstellung, wirkt auf mich eher wie so ein verunglückter Telefoneffekt. Die zweite Einstellung, also die Voice-Einstellung, bringt dann das, was der 3D-Einstellung fehlt, nämlich die breite Front, die man gerne haben möchte, wenn man aktiv Musik hören möchte. Und von daher bin ich auch der Meinung, dass diese Voice-Einstellung eigentlich die Standardeinstellung dieses Bluetooth-Lautsprechers sein sollte. Die dritte Einstellungsmöglichkeit, also der Superbass, wirkt zwar irgendwie, als ob man da jetzt mit in die Disco gehen möchte, ist aber tatsächlich nicht so. Es ist eher so, dass der Bass dann in den Vordergrund gedrückt wird und die Höhen und Mitten etwas in den Hintergrund. Das heißt im Klartext, man hat sehr viel Wärme und man hat nicht so viel Störer, wenn man sich unterhalten möchte. Also das heißt, ich bin der Meinung, diese Einstellung ist bestimmt ganz gut, wenn man beispielsweise einen Friseursalon hat und man möchte im Hintergrund ein Radio laufen lassen und man möchte sich aber dennoch ungestört mit den Kunden unterhalten, ohne dass so viele Störfrequenzen ins Gespräch reinkommen. Also von daher hat das meiner Meinung nach auf jeden Fall eine Existenzberechtigung, aber ist nicht die Haupteinstellung dieses Bluetooth-Lautsprechers. Das, wie gesagt, sollte meiner Meinung nach die Voice-Einstellung sein. Und hört man jetzt eben in dieser Voice-Einstellung, dann klingt dieser Lautsprecher wirklich überraschend gut. Und zwar nicht nur, was den Bass angeht, sondern auch, was eben Höhen und Mitten angeht. Hier kommt alles schön zum Teppich zusammen und dennoch kann man es gut differenziert raushören. Wie gesagt, es sei denn, man macht den Lautsprecher zu laut, dann kann man das nicht mehr. Da fehlt dann einfach was, denn Klang braucht Raum und wenn man jetzt so einen kleinen Lautsprecher hat, dann darf man einfach nicht erwarten, dass man den bis sonst wo hochregeln kann und noch alles differenziert raushören kann. Das geht dann leider doch nicht. So, das war es zur Kernfunktion des Lautsprechers. Jetzt habe ich noch ein paar kleinere Punkte und die mache ich für euch ganz schnell in einem kurzen Q&A. Frage Nummer 1 lautet, wie sieht es aus mit Freisprechfunktionen? Kurze Antwort, ja, hat man. Aber, wie ist diese zu bewerten? Ich sage mal, teils, teils. Alles das, was über die Box kommt, das heißt, wenn man angerufen wird und man hört den anderen, den Gesprächsteilnehmer, über die Box, dann hört sich das ganz gut an. Aber der andere hört von dir nicht so viel beziehungsweise du wirkst ein bisschen weit weg und so, als wärst du ein bisschen in der Röhre. Von daher muss man das Ganze so ein bisschen teils, teils bewerten. Ist jetzt ja auch nicht die Kernfunktion eines solchen Lautsprechers. Ist ganz nett, dass man das hat, aber Telefonkonferenzen würde ich damit jetzt vielleicht nicht führen. Frage Nummer 2. Wie sieht es aus mit der Bedienung? Ja, da kann ich eigentlich sagen, die Knopfbedienbarkeit ist gut. Die Knöpfe haben auch einen guten Druckpunkt, aber die Bedienung an sich ist, wie bei den meisten Geräten dieser Art, nicht intuitiv. Das liegt im Endeffekt daran, dass man viel zu viele Funktionen hat, die über viel zu wenig Knöpfe bedient werden sollen. Im Endeffekt führt das dann zu Doppelbelegungen und dann bleibt einem nichts anderes übrig, als in die Bedienungsanleitung reinzuschauen und sich eben zu merken, wie oft ich welchen Knopf drücken muss oder ihn gedrückt halten muss, damit X, Y oder Z passiert. Unterm Strich kann ich aber sagen, keine Sorge, ihr habt es schnell raus und ja, auch das Anrufmanagement und auch die Voice-Assistenten funktionieren über die Knöpfe am Gerät. Was ich bei diesem Lautsprecher super interessant finde, was die Bedienung angeht, ist der Knopf M. Das ist im Grunde genommen ein Modusknopf, aber der wird jetzt nicht so benutzt, wie ihr es vielleicht jetzt denken könntet, nämlich für die Klangmodi. Nein, die Klangmodi, die schaltet man hin und her über den Anschalter. Der Knopf M hingegen ist dafür da, um zwischen den Audioquellen hin und her zu schalten. Also das heißt, wenn ich beispielsweise ein Bluetooth-Gerät verbunden habe, ich habe ein Gerät per 3,5 mm Klinke verbunden und ich habe noch eine TF-Karte drin, dann kann ich über den Knopf M zwischen denen hin und her schalten. Und ehrlicherweise muss ich sagen, ich kann mich nicht erinnern, bei welchem Bluetooth-Lautsprecher ich so eine Möglichkeit zuletzt gesehen habe, um ehrlich zu sein. Also das finde ich tatsächlich sehr angenehm und sehr bequem. Stellt euch vor, ihr habt das Gerät zum Beispiel bei euch im Büro stehen, auf dem Schreibtisch und habt eben mehrere Audioquellen ständig verbunden. Dann habt ihr hier eine sehr einfache Möglichkeit, um zwischen denen hin und her zu skippen. Dritte Frage lautet, wie sieht es aus mit Pairing und Verbindungsstabilität? Und hier kann ich es nur immer wieder betonen, wenn man sich ein Bluetooth-Gerät kauft, gibt es nichts Nervigeres, als wenn sich das doofe Ding nicht verbinden will. Und deswegen teste ich das immer nochmal mit und bei diesem Lautsprecher gibt es die kurze und einfache Antwort, es hat alles geklappt. Also hier gab es keine Probleme beim Pairing und auch bei der Verbindungsstabilität war alles in Ordnung. Lediglich, was ich eingangs sagte, wenn ich mich mehr als 12 Meter entferne, dann fängt es an in der Verbindung ein bisschen hakelig zu werden, aber sonst war da alles in Ordnung. Ja, und dann der vierte und letzte Punkt, wie sieht es aus mit Latenz? Das ist auch immer so ein Punkt, den ich mitteste, weil auch das sehr nervig werden kann, zum Beispiel, wenn man sich YouTube-Videos anguckt und merkt, dass die nicht lippensynchron sind, also dass der Ton verzögert bei einem ankommt. Leider passiert das relativ häufig, ich selber habe mir mal günstige Earbuds gekauft, da ist das dann so gewesen, super nervig und wie gesagt, deswegen teste ich das immer nochmal mit und in diesem Fall kann ich auf jeden Fall Entwarnung geben, ich habe keine Latenz feststellen können oder zumindest keine Nennenswerte. Kommen wir zum Abschluss, kommen wir zum Fazit und ich will versuchen, es mit einem Satz auf den Punkt zu bringen und zwar Made in China kann auch gut sein. Zumindest ist mir das mal wieder aufgefallen, als ich hier dieses Produkt nun auf dem Tisch hatte. Ihr müsst euch immer versuchen, in uns hinein zu versetzen, wir testen ja relativ viele Produkte und hier gehen natürlich auch viele Made in China Produkte durch und da stellen wir einfach in der Praxis fest, dass die Made in China Produkte häufig ihren deutschen Gegenstücken ein bisschen hinterher hinken. In diesem Fall ist es aber meines Erachtens andersrum. Ja, man muss sagen, Freisprechfunktion könnte besser sein und ja, man muss auch sagen, das Gerät könnte etwas besser für draußen geeignet sein, also eine bessere Wasserdichtigkeit haben, damit man das Gerät halt auch am Pool benutzen kann und so weiter. Kleinere Punkte gibt es. Aber wenn man die Kernfunktion betrachtet, dann ist das Gerät meiner Meinung nach absolut vom Preis-Leistungs-Verhältnis in Ordnung und braucht sich auch hier vor den Marken JBL oder Teufel oder ähnliches nicht zu verstecken. So, dieses Produkt haben wir für dich getestet. Wenn es dich interessiert, dann schau mal unter dem Video in die Beschreibung, denn dort haben wir es für dich verlinkt. Ansonsten würden wir uns freuen, wenn du noch ein bisschen dran bleibst, denn im Anschluss folgt die Endcard mit ein paar interessanten Video-Vorschlägen. Video-Vorschlägen.